Verdammt! Entschuldige die Luft! 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 Wenn er denn mal kommt. Ich wette, ich brauche auch noch ein paar... Fuck. Hier, ein paar Bogenschützen, die meinte ich. So vom Fernkampf her. Dass man ihn halt angreifen kann. Und nein, die ganze Truppe folgt ihm jetzt. Okay. Hey, du gehst wieder aufs Gold. Ihr Holzhacker geht da hoch. Und du packst hier Holz wegen mir. So, einen will ich auf meiner Seite. Okay. So, jetzt auf den Titanen. Bitte töte ihn. Ja toll, die Truppe haben ja gar nichts gebracht. Und du kannst. Bitte, dass du jetzt noch mehr schweigstern? Oh, 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 das wird schwer, das wird sogar sehr schwer. So, neue Bogenschützen, mehr Schaden. Oh, verdammt. Scheiße. Auf wen geht der? Oh, shit. Okay, das Ganze würde irgendwie nichts. Er hat zwar nicht mehr viel Leben, aber es ist nicht gerade leicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stopp us. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt erwecken wir erstmal wieder die Helden. Und dann würde ich sagen, auf den Titanen. Und dann würde ich da unten noch Amandra erwecken. Hier irgendwie Spinnen reinhauen. Die kommen jetzt auch noch dazu. Und jetzt einfach auf den Titanen drauf. Auf den Titanen, nicht auf irgendjemand anderes. So, den bringen wir noch auf unsere Seite. Wo ihr jetzt schießt, wie ihr noch nie geschossen habt. Ja, der Titan macht nichts. Das ist gut. Oh, verdammt. Zu früh gefreut. Oh, doch nicht. So, komm, komm, komm. Schießt. Ja, nur noch 100 Leben. Gleich haben wir ihn. Ja, wir haben gewonnen. Der Titan ist tot. Sehr gut. So, wir haben ihn besiegt und weiter geht's im nächsten Part. Bis dann.